Popcorn ist der ultimative Knabberspaß. Überraschen Sie Familie und Freunde mit frischem, knusprigen Popcorn wie im Kino. Dieser Popcornmaker von Rosenstein & Söhne macht's möglich. Mit der schicken Maschine von Rosenstein & Söhne gelingt Ihnen der Mais-Snack garantiert immer. Und das mit nur wenig Aufwand. Einfach eine Portion Popcorn-Mais mit dem Messbecher abmessen, in die Maschine füllen und einschalten. Die Zugabe von kalorienreichem Fett oder Öl ist nicht nötig. In weniger als drei Minuten springt das fertige Popcorn durch die Öffnung in Ihre Schüssel. Im Rezeptbuch finden Sie 60 originelle Popcorn-Varianten von süß bis pikant, von salzig bis fruchtig. Und das Beste, diese einzigartige Zusammenstellung gibt es gratis zur Maschine dazu. So, der nächste Heimkinoabend kann kommen, denn hier kann keiner widerstehen. Guten Appetit!